Ich habe dich vor 16 Jahren als einer jugendlichen Ministranten kennengelernt. Dann haben wir dich erlebt als einen Seminaristen im Dezember 21, als eine Wirkung, jetzt als einen Priester und Präzision. Herzlichen Glückwunsch! Es ist schon ein sehr emotionaler Moment, wenn man als Priester wieder in seine Heimatkirche kommt, wo man so viel wirklich erlebt hat, wo ich aufwachsen durfte, Kirche wirklich auch immer wieder positiv erleben durfte. Und hier heute diesen Primitz-Festreigen, wenn man so will, zu beginnen, ist einfach ein großer Augenblick für mich persönlich. Amin Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Segne dieses Messgewand und die Gewänder, die für den Dienst vor dir bestimmt sind. Ich verkünde euch eine große Freude. Wir haben einen Priester. Das größte Geschenk, das Gott einer Pfarrgemeinde machen kann, ist ein Priesterberuf. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünde, Tod ist zu meinem Gedächtnis. Ich darf euch jetzt den allgemeinen Prämiz segnen. Gott segne euch durch den ewigen Hohen Priester Jesus Christus. Er schenke euch die Gnade, ihn zu erkennen und zu lieben. Er heilige euch durch die Wahrheit und lasse euch ein sein in der Liebe, damit ihr seine Herrlichkeit schauen dürft. Amen. Er bewahre euch und behüte euch vor dem Bösen, damit keiner von euch verloren geht. Amen. Amen. Was geliebe euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geh leert hin in Frieden und sei Gott, der Herr. Amen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020